Ich bin der Manuel Steinberg, komme von Baller, arbeite bei der Firma Zachenballer als Installateur. Ich bin im dritten Lehrjahr. Ich mache den Beruf vor allem echt gut. Ich bin über das Poli gekommen, also über den Schnuppern gegangen und oft bin ich draufgekommen, dass man die Tätigkeit eigentlich darf. Zuerst wollte ich eigentlich einmal anders als Mechaniker werden, aber es hat sich oft gefiltert, dass das nicht ist. Du hast mehr Abwechslung, du bist eher draußen und bist nicht einmal in irgendeiner Halle drin. Du hast nicht immer das Gleiche, du bist nicht einmal am gleichen Platz und es ist viel mehr Abwechslung drin. Ich kann es noch jeden weiter empfehlen. Eigentlich, das Arbeitsgeber passt, dass es da ist. Es ist nicht immer noch komplett ernst, es ist immer Spaß dabei. Wenn ihr dann was taugt, die abwechslungsreiche Arbeit, auch da draußen arbeiten, wenn das taugt, dann kann ich es noch jeden empfehlen. Ich auf jeden Fall mal schnuppern kann man. Und dann sind wirklich die Aufgabe auf den Wärmschotten.